Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ah, bei Siemens. Sind Sie schon lange in Deutschland? Ich bin seit gestern hier. Seit gestern? Ja, ich wohne und arbeite in Amerika, in New Jersey. Und Sie sind nur zu Besuch in Deutschland? Ja, ich besuche meine Schwester und ihren Mann. Meine Schwester ist mit einem Deutschen verheiratet. Aha, deshalb sprechen Sie so gut Deutsch. Naja, nicht nur deshalb. Hören Sie diesem Gespräch noch einmal zu. Entschuldigen Sie, was sind Sie vom Beruf, Herr Taylor? Also, Frau Lange, ich arbeite bei Siemens. Ich bin Manager. Ah, bei Siemens. Sind Sie schon lange in Deutschland? Ich bin seit gestern hier. Seit gestern? Ja, ich wohne und arbeite in Amerika, in New Jersey. Und Sie sind nur zu Besuch in Deutschland? Ja, ich besuche meine Schwester und ihren Mann. Meine Schwester ist mit einem Deutschen verheiratet. Aha, deshalb sprechen Sie so gut Deutsch. Naja, nicht nur deshalb. Sie sprechen mit einer Bekannten. Wie fragt Sie? Ja, ich besuche meine Schwester. Ja, ich besuche meine Schwester. Sie sprechen mit einer Bekannten. Ich besuche meine Schwester. Und Ihren Mann. Und Ihren Mann. Sie sind im Januar nach Deutschland gekommen. Ja, ich besuche meine Schwester. Sie haben früher in Amerika gewohnt. 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 Sie ist Amerika gewohnt. Sie ist Amerikanerin. Sie ist Amerikanerin. Und er ist Deutscher. Er ist Deutscher. Wie fragt sie? Was ist Ihr Mann von Beruf? Antworten Sie. Er ist Ingenieur. Er arbeitet bei einer amerikanischen Firma in Frankfurt. Ihre Bekannte fragt. Gefällt es Ihr in Frankfurt? Versuchen Sie zu fragen. Euer U Frankfurt Romipassander. Wie gefällt es Ihr in Frankfurt? Wie gefällt es Ihr in Frankfurt? Sagen Sie, dass es Ihr sehr gefällt. Es gefällt Ihr sehr. Aber sie spricht nicht viel Deutsch. Es ist gar nicht einfach für Sie. Es ist gar nicht einfach. Es ist gar nicht einfach. Sie sagt, sie hat keine Zeit, Deutsch zu lernen. Sie sagt, sie hat keine Zeit, Deutsch zu lernen. Wie sagt man? Ich habe gelernt. Sie haben gelernt. Sie haben gelernt. Sie hat noch nicht viel Deutsch gelernt. Ihre Bekannte sagt, Es ist sicher nicht einfach für Sie. Diese Restaurant ist sehr nett. Wie sagt Ihre Kollegin? Ja, es ist nett und sehr gut. Wie sagt man? Wienkarte Wienkarte Wie fragen Sie Ihre Kollegen? Wienkarte Wienkarte Ich trinke lieber Weißwein. Lieber Wienkarte Wienkarte Ich trinke gerne, ich trinke lieber. Wie sagt Ihre Kolleginnen? Ich trinke gern Weißwein. Schöme tatschieh müdehid. Was trinken Sie lieber? Schöme tatschieh müdehid. Ich trinke auch gern Weißwein. Schöme tatschieh müdehid. Schöme tatschieh müdehid. Wiederholen Sie. Also, wollen wir Weißwein bestellen? Bestellen. 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 Wiede Hohlenzi Flashe Die Flashe Wie sagt man Sifarisch daden Bestellen Sagen Sie Wollen wir eine Flasche bestellen? Wollen wir eine Flasche bestellen? Eine Flasche Weißwein Wiederholen Sie Ja, bestellen wir eine Bestellen wir Bestellen wir Bestellen wir Ja, bestellen wir eine Wie sagt man Bogen Sie Sifarisch bedien Bestellen wir Bestellen wir Eine Flasche Weißwein Bestellen wir eine Flasche Weißwein Wollen Sie Das Wort für Tohsieh Kein 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 Wie sagt man Tohsieh-Kerden? Empfehlen Der Wein Fragen Sie Können Sie ein Wein empfehlen? Einen Wein 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 Dieser ist sehr gut. Versuchen Sie zu sagen. Gut, bestellen wir. Gut, bestellen wir diesen Wein. Gut, bestellen wir diesen Wein. Gut, bestellen wir eine Flasche. Wie sagt Ihre Kollegen? Ich empfehle diesen Wein. Wir machen diesen Wein. Wir machen diesen Wein. Wir machen diesen Wein. Wir trinken oft zu Hause. Fragen Sie. Ah, kein Tor. Ah, ja. Sie sagt. Widerholen Sie das Wort für. Verkauft. Verkauft. Ver. Ver. Verkauft. Wie sagt man? Miefurust. Verkauft. Und wie sagt man? Miefurust. Verkauft. Und wie sagt man? Miefurust. Kauft. Er. Er kauft. Er kauft. Und verkauft. Er kauft. Und verkauft. mein mann verkauft diesen wein aha, bei diesem Grund schmerz diesen schrub zu machen hören sie zu aha, deshalb empfehlen sie diesen wein hala, koche keneid und tekrar keneid bei ein delil deshalb halb halb yes 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 halb wie sagen sie? aha, bei ein delil aha, deshalb bei ein delil schmer in schrub zu machen deshalb empfehlen sie diesen wein weshalb empfehlen sie diesen wein bei ein bei ein bei ein speise speise die speisekarte die speisekarte bitte sagen sie sagen sie bebachschied entschuldigen sie wir möchten jetzt bestellen bei ein 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 Was können Sie heute empfehlen? Wetter sagt, dass die Schnitzel sehr gut ist. Wiederholen Sie. Okay, wir machen die Schnitzel. Gut, wir nehmen das Schnitzel. Das Schnitzel. Dopars Schnitzel, lütfen. Wiederholen Sie. Zweimal das Schnitzel, bitte. Zweimal. Mal. Mal. Zwei. Zweimal. Zweimal. Mal? Der Laufs, jani, def eh, ja bohr. Wie sagen Sie? Dober. Zweimal. Wie sagt man? Einmal. Und wie sagt man? Einmal. Und wie sage, diegär. Noch einmal? Und wie? Begitt doporz, ja dober. Dober. Einmal. Und wie? Wir möchten auch eine Flasche Mineralwasser. Mineralwasser und eine Flasche Wein. Wir möchten diesen Wein, bitte. Diesen Wein, bitte. Wetter, Chetar, miiguiat. Voran. Sofort. Fragen Sie Ihre Kollegin. Ihr Mann verkauft Wein? Wie antwortet Sie? Ja, er verkauft Wein. Er kauft und verkauft Wein. Er kauft und verkauft Wein. Aber er trinkt gerne Bier. Er trinkt lieber Bier. Er trinkt lieber Bier. Er kauft Wein. Er kauft Wein. Sie können auch ein paar Stunden. Er kauft Wein. Er kauft uns. Guten Abend Möchten Sie die Speisekarte sehen? Ja, gerne. Und können Sie uns die Weinkarte bringen? Und wenn Sie die Weinkarte bringen können, was Sie dann passiert? Ja, bitte. Danke sehr. Ja, bitte. 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 Danke. Und dann können wir unser Schnitzel bestellen. Bitte. Ja, 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 bitte. Ja.